Hallo, mein Name ist Tobias Burkhardt. Ich wohne in Hausen, bin 42 Jahre alt, verheiratet, habe drei Töchter im Alter von 4, 9 und 12 Jahren. Mein Beruf ist Industriemeister Metall, den ich hier in Rottweil in einem Maschinenbauunternehmen im Bereich Qualitätsmanagement ausübe. Ich kandidiere für den Ortschaftsrat in Hausen, in dem ich seit zehn Jahren als Ortschaftsrat aktiv tätig bin und für den Gemeinderat in Rottweil. Neue Gesichter für den Gemeinderat Rottweil. Freie Wähler, Listenplatz 13.